Ein 15-Jähriger gewinnt über eine Million Euro bei einem Fortnite-Turnier mit einem Controller. Für Doom 1, 2 und 3 ist der Bethesda-Account doch nicht verpflichtend und Death Stranding stellt einen neuen Charakter vor. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Hallo und herzlich willkommen zurück. Am Wochenende sind gleich mehrere Kinder bzw. Jugendliche quasi über Nacht zu Millionären geworden. Jaden Ashman, ein 15-Jähriger Fortnite-Spieler, der mit seiner Mutter angereist war, gewann mit einem Partner über zwei Millionen Dollar als Zweitplatzierte in der Duo-Weltmeisterschaft. Er spielte als einer von nur zwei Spielern im ganzen Turnier mit einem Controller. Der 16-Jährige Kyle Buga Geiersdorf schlug seine Kontrahenten in der Solo-Weltmeisterschaft mit 59 Punkten, 23 davon kamen von Eliminierungen, er durfte drei Millionen Dollar mit nach Hause nehmen. Insgesamt waren bei dieser Weltmeisterschaft 30 Millionen Dollar Preisgelder im Spiel, die über drei Turniere, das Pro-Am, die Duos und die Solos aufgeteilt wurden. In einem neuen Trailer zu Death Stranding wird die neue Figur Hartmann, dargestellt vom dänischen Regisseur Nicolas Winding-Reven vorgestellt. Er gehört ebenfalls zu Bridges und hat ein einzigartiges Herz, das dafür sorgt, dass er alle 21 Minuten für drei Minuten stirbt. Im Trailer erklärt er Sam, wie er sich an dieses Leben in 21 Minuten gewöhnt hat. Er liest, schaut Kurzfilme und hört Musik, Schlaf sei ein Problem und Sex wahrscheinlich. Aber tatsächlich sind die 21 Minuten nicht wirklich sein Leben, sie sind nur das Warten, warten darauf, dass er wieder für drei Minuten zurückkehren darf in das Reich der Toten. Auch dieser Trailer wirft wieder mehr Fragen auf, als er eigentlich beantwortet und zeigt eine weitere rätselhafte Figur. Was genau seine Aufgabe ist, was er sucht und wie wir mit ihm interagieren können, erfahren wir dann ab dem 8. November, wenn Death Stranding exklusiv für die PlayStation 4 erscheint. Am Wochenende erschien im Rahmen der QuakeCon der erste, zweite und dritte Teil von Doom für die Nintendo Switch. Allerdings stellten die Spieler schnell fest, dass man sich mit seinem Bethesda-Net-Account einloggen muss, um die Spiele aktivieren und den dritten Teil sogar spielen zu können. Die Spielerschaft war nicht unbedingt begeistert und im Laufe der nächsten Stunden gab es einige bunte und kreative Beschwerden über Twitter. Tatsächlich war das Ganze aber gar keine Absicht, wie Bethesda ebenfalls über Twitter darstellte. Eigentlich sollte der Login mit dem Bethesda-Net-Account optional sein, um bestimmte Belohnungen im Slayers Club zu bekommen. Im Moment wird an einem Fix gearbeitet, man wird die Spieler informieren, sobald das geregelt wurde. Am Freitag erschien Fire Emblem Three Houses für die Nintendo Switch und katapultierte sich direkt in die Verkaufscharts. Mehr als doppelt so viele Launch-Sales als Fire Emblem Awakening und mehr als doppelt so viele Verkäufe wie beide Versionen des 2016er Ablegers Fire Emblem Fates zusammen. Aber nicht nur mit den Sales machte das Spiel direkt am Wochenende Schlagzeilen. Wenn ihr auf Englisch und mit einem männlichen Protagonisten spielt, solltet ihr euch nicht allzu sehr an die Stimme gewöhnen. Denn bereits mit dem nächsten Patch soll die Inkonisation von Chris Niosi aus dem Spiel entfernt werden. Bereits als Niosi als Synchronstimme für den männlichen Billith bestätigt wurde, gab es einige Kritiken, die sich dagegen ausgesprochen haben. Es gab Vorwürfe wegen Missbrauch und Misshandlung von Freunden und ehemaligen Partnern. Er gab die Vorwürfe sogar zu und schrieb eine Entschuldigung bzw. ein Geständnis auf Tumblr. Seine Stimme wurde bereits aus Fire Emblem Heroes entfernt und mit dem nächsten Patch, wie gesagt, werden seine Dialogzeilen auch aus Fire Emblem Three Houses ersetzt. Fast zwei Wochen haben sich die beiden Profigilden Method und Limit ein Wettrennen geliefert. Wer von ihnen würde den aktuellen Endboss des Raids Ewiger Palast Königin Asshara auf mystischer Schwierigkeit zuerst erlegen? Mehr als 350 Versuche haben Method gebraucht und nach einer extrem bitteren Niederlage, als die Königin die Spieler mit nur noch 0,9 Prozent ihrer Lebenspunkte vernichtete, schafften sie es vor einigen Stunden endlich die Bestie zu besiegen. Die Konkurrenten von Limit hatten, nachdem sie ihren geplanten Raid schon um sechs Stunden verlängert hatten, bereits für den Tag aufgegeben. Entgegen der Erwartungen der Zuschauer hatte Asshara übrigens keine weitere geheime Phase mehr, sondern erbarmte sich tatsächlich zu sterben, als die Spieler sie auf 0 Prozent ihrer Lebenspunkte hatten. Allerdings haben es Method auch nur geschafft, weil Asshara vor einigen Tagen genervt wurde, sonst stünde sie wohl heute noch unbesiegt. Zenimax möchte die größten Probleme von The Elder Scrolls Online angreifen, wie sie auf der QuakeCon am Wochenende ankündigten. Dazu gehört allem voran die Performance. Vor ein paar Monaten war bereits die Warteschlange eingeführt worden, die dem Problem entgegenwirken sollte, diese Übergangslösung kam bei den Spielern allerdings nicht allzu gut an. Nun soll der riesige Client endlich verschlankt werden sowie das Speichermanagement des MMORPGs verbessert. Diese Änderungen sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr im vierten Quartal mit dem Finale der Elsewhere-Saga erscheinen. Ein weiteres Problem, das viele Spieler mehr als genervt hat, war das Gruppensuch-Tool. Bereits vor mehreren Jahren mussten die Entwickler zähneknirschen zugeben, dass das Tool alles andere als optimal funktioniert und versprachen bereits im Februar 2016 Besserung. Nun soll dieses Tool tatsächlich auch ebenfalls mit dem Update 24 im vierten Quartal komplett neu erschaffen werden. Und wir sind schon fast am Ende mit unserer heutigen News-Sendung, aber zuerst gibt's natürlich noch die Releases der Woche. Morgen schon erscheint Morphe's Law für den PC, dabei handelt es sich um einen Third-Person-Multiplayer-Shooter, in dem die Figuren bei einem Treffer nicht nur leben, sondern auch einen Teil ihrer Körpermasse verlieren bzw. auch dazugewinnen und sich dadurch verändern. Ebenfalls am Dienstag erscheint The Blackout Club für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Der Shooter war jetzt etwa ein Jahr im Early Access und bietet ein kooperatives Horror-Erlebnis für bis zu vier Spieler. Man spielt eine Gruppe von Teenagern, denen immer wieder seltsame Dinge passieren, sie fallen in Ohnmacht und wachen an merkwürdigen Orten wieder auf. Forager erscheint ebenfalls am Dienstag für PS4 und Nintendo Switch. Am PC könnt ihr das niedliche Rollenspiel in Pixeloptic bereits seit April spielen. Spielerisch erinnert es sehr an Stardew Valley. Ihr könnt eure Farmen bewirtschaften oder in Dungeons ziehen, um dort gegen Monster und Bosse zu kämpfen. Am 1. August erscheint Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries für die Nintendo Switch. Auch dieses Spiel gibt es bereits seit knapp einem Jahr für den PC, nachdem es seit Dezember 2017 im Early Access war. Hierbei handelt es sich um einen anspruchsvollen 2D-Plattformer mit Story und vielen Geheimnissen in den Leveln. Warhammer 40k Inquisitor Prophecy erscheint ebenfalls morgen für den PC. Die Versionen für PS4 und Xbox One sollen noch dieses Jahr nachgeliefert werden. Es handelt sich dabei um eine eigenständige Erweiterung für Inquisitor Matura und bringt die neue Klasse Tech Adapt ins Spiel, die auf das Beschwören und Verbessern von Einheiten spezialisiert ist. Mutant Year Zero Road to Eden erscheint ebenfalls am 30. für die Nintendo Switch. Letztes Jahr war ja das Strategiespiel bereits für den PC veröffentlicht worden. Im Stil von XCOM kämpft man sich in diesem Spiel durch eine postapokalyptische Welt, in der ein Atomkrieg die Menschheit ausgelöscht hat. Das war's jetzt mit den News. Falls ihr es am Wochenende nicht mitbekommen habt, wir haben ein Video für euch zusammengestellt, in dem wir die Unterschiede zwischen Switch und Switch Lite erklären. Zu dem Video kommt ihr über diesen Kasten und hier erfahrt ihr in unserer großen Preview mehr über Death Stranding. Abonnieren könnt ihr hier in diesem Bereich. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, viel Spaß und guten Loot!